Die Deutsche Bank Skyliners trainieren wieder in Frankfurt. Noch vor wenigen Tagen kämpfte das Team um Pascal Roller in Antalya um den Rixos Cup. Nach Siegen gegen Antalya und den Bundesliga-Konkurrenten Ludwigsburg sicherten sich die Deutsche Bank Skyliners den dritten Platz. Angefeuert wurden sie dabei von den großen und von den kleinen Fans. Herausragender Akteur war unser Neuzugang, Seth Dollybow. Die Hotels waren fantastisch. Ich habe es nicht erwartet. Wir sind da und wir sind auf einem großen Resort. Murat hat natürlich ein Poole hier in der Türkei. Es war ein sehr spezielles Ort. Vielleicht gehen meine Wälder und ich in den Sommer zurück. Wir müssen mit Murat über seine speziellen Begriffe sprechen. Unsere Nummer 9 glänzte sowohl als Scorer als auch als Passgeber. Wie in dieser Szene für Jimmy McKinney. Wie in dieser Szene für die Rolle ist? Wir sind immer wieder zu spielen. Ich kann mich für mich selbst sprechen. Und ich bin immer wieder zu finden, wo ich in den Offen und was meine Rolle ist auf dem Team. Ich weiß andere Leute fühlen die gleiche. Some sind unterschiedlich. Some Leute haben mehr lernen zu tun als andere. Aber wir sind alle in das zusammen. So, wir sind alle einfach zu finden. Und ja, wir haben noch viel improvement zu machen. Defensively und Offensively. Everybody ist immer noch zu finden. Wie sie fit in die System sind. So, um, you know, Scoring points and stuff really doesn't matter at all at this point. We're just trying to get better. Wins, we obviously want to win, but it's getting to the point where season's about to start, so that's becoming more of an issue every day. So, as long as we're getting better as a team, you know, the other stuff really doesn't matter yet. I was really excited to have Aubrey Reese with us now. I thought he was a great extension to our team. Really brings some more passion on the floor. So, now that we have pretty much our team here, I like what I see. You know, I've seen how we compare to some of the other German teams and I think we'll have a great year. Like I said, we still have a lot of work to do, but I'm really excited about it and I can't wait to get started. That's good. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.